Moin Moin und herzlich willkommen zum Silvester Special 2016. Es ist wieder soweit, wieder mal ein Jahr rum, es ist echt wieder wahnsinnig schnell gegangen. Und auch diesmal habe ich mir wieder ein paar, ja ich sag mal, Schussbatterien und Vulkane gekauft. Und davon möchte ich euch natürlich auch dieses Mal wieder ein bisschen was präsentieren. Die Steffi hat gefilmt, also Videomaterial gibt es diesmal auch wirklich in guter Qualität, muss ich das nochmal zu betonen. Denn ja, ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass es im letzten Jahr halt so verschwommene Bilder gab und das ist halt nicht so schön geworden. Und deswegen habe ich mir heute, oder heute, heute, dieses Mal die Kamera nochmal zu Herzen genommen und wir sind die einzelnen Funktionen durchgegangen. Was es da alles so einzustellen gibt und habe geguckt, ob wir vielleicht bei der Belichtung oder so nochmal was ändern können. Und siehe da, es gab eine Funktion, die nannte sich einfach Fireworks. Das heißt, die Kamera war irgendeine Einstellungsmöglichkeit speziell darauf fixiert, dass man halt auch Feuerwerk aufnehmen kann. So, das habe ich einfach mal ausprobiert. Und siehe da, das Bild ist super schön scharf und man kann alles Feuerwerk gut erkennen, auch wenn es Nacht ist und es dunkel ist. Wunderbar. Hätte ich vielleicht mal im letzten Jahr schon herausfinden können, aber okay. Dafür habt ihr dieses Jahr schöne, flüssige und klare Bilder. Wir machen das wieder wie folgt, dass ich euch praktisch erstmal präsentiere, was ich im Einzelnen gekauft habe. Und dann gehen wir im Einzelnen mal auf die Produkte ein. Ich sage euch so ein paar Daten dazu. Und dieses Mal werde ich es auch so handhaben, dass ich im Video dann so eine kleine Einblendung vielleicht von den einzelnen Sachen nochmal mache. Oder ich schreibe einfach nochmal rein, was genau wir da jetzt sehen. Und dass ihr dann in einer gewissen Reihenfolge dann sehen könnt, was ist eigentlich genau was. Was auch für mich dann gut ist, dass ich dann besser auseinanderhalten kann, was ich schon mal gemacht habe. Und was ich schon mal gekauft habe. Und ich habe nochmal im Nachhinein geguckt. Also ich glaube, von den Sachen, die ich euch jetzt präsentiere, hatte ich im letzten Jahr gar nichts. Das weiß ich auf jeden Fall. Im vorletzten Jahr weiß ich es jetzt nicht. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Aber ich denke, wir fangen einfach mal an. Hier seht ihr ein Gesamtbild von meinen Errungenschaften in 2016. Ich habe es jetzt so aufgetürmt. Es sieht fast aus wie so eine kleine Lok. Aber es sind insgesamt fünf einzelne Feuerwerksbatterien oder auch Fontänen. Und wir kommen direkt mal zum ersten. Den habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil es einfach so witzig aussah. Das gab es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe hier jetzt den bösen Chef. Und das ist einfach so eine ganz normale Fontäne, sage ich mal. Steht 100 Schuss drauf. Und ja, 22 Sekunden Brenndauer. Was jetzt nicht viel ist. Aber dafür hat es, glaube ich, auch nur 2,99 Euro gekostet. Also war relativ billig. Werdet ihr hinterher aber auch sehen, dass das jetzt nicht sehr überragend war. Also ich spreche natürlich jetzt das hier alles schon, nachdem das alles gefilmt wurde. Ist klar. Und deswegen kann ich euch schon mal so ein paar Sachen geben, ob es sich lohnt oder nicht. Also der böse Chef lohnt sich nicht wirklich. Ich habe aber im Laden gesehen, dass es halt dazu noch böse Nachbarin, böse Oma, böse Opa. Böse Opa vor allem. Böser Opa. Was gab es noch? Da gab es mehrere Sachen. Also gab es einige Ausführungen. Und, ähm, böser Lehrer. Genau, gab es auch noch. Und das war halt der billigste von allen, der böse Chef. Und, äh, ja. Also die Effekthöhe soll 8 Meter betragen. Das kam, glaube ich, auch hin. Ähm. Dabei sieht halt nicht so berauschend aus. Also das war so ein kleiner, äh, äh, Niederschlag, sag ich mal. Aber war halt auch nicht groß zu erwarten. Hat halt nichts gekostet. So. Dann präsentiere ich euch hier das nächste Objekt. Moment. Ich blätter gerade selbst für mich die Bilder weiter. Ja, das ist die riesige Überraschung in diesem Jahr gewesen. Nämlich dieser Vulkan. King Size. Ja, ein XXL Mega Vulkan. So steht es halt drauf. Und was mich halt, äh, ja, dazu bewogen hat, den zu kaufen, ist 180 Sekunden Effektdauer. Das klingt ziemlich viel, weil es sind drei Minuten. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass ihr da drei Minuten wirklich steht und, äh, das angucken könnt. Und ich hab geguckt, das kommt tatsächlich hin. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da rauszuholen ist. Ihr könnt nachher mal die Zeit stoppen. Das kommt tatsächlich ungefähr hin. Ähm. Eine Dreifachverwandlung. Also so ein Drei-Phasen-Vulkan, sag ich mal. Und, äh, ja, das stimmt auch. Also es sind 500 Gramm an, äh, wie nennt sich das, äh, Masse, an, an, ja, nicht Sprengmasse oder Effektmasse. Wie heißt das? Keine Ahnung. Also 500 Gramm an Sprengstoff sind da drin, ähm, so grob gesagt. Und wirklich, da bin ich sehr von überrascht. Das ist das eigentliche Highlight, muss ich sagen, in 2016 jetzt gewesen, an Feuerwerk. Denn was ich eigentlich als Highlight auserkoren hatte, war zwar okay, aber bei weitem nicht so, ja, überraschend wie dieses Teil. Also diesen Vulkan kann ich wirklich weiterempfehlen. Den werde ich mir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nochmal wieder kaufen. Weil der war einfach cool. Und der hat auch nicht so viel gekostet. Mal, ich glaube, 15, vielleicht maximal 19. Obwohl, in der Spanne hat der, glaube ich, gekostet. Und dafür ist das vollkommen in Ordnung. So, kommen wir zum nächsten. Äh, das dritte Objekt meiner Begierde war der Gigashot. Und, ähm, der Gigashot, äh, ist so ein, ja, so ein Sammelsuch, also drei Stück zusammengeschweißt, sag ich mal. Das ist auch eigentlich so ein Drei-Phasen-Ding, weil es halt drei verschiedene Batterien auf einem Block zusammengeklatscht sind. Ja, wenn man das alles zusammennimmt, hat man, glaube ich, eine Brenndauer von 30 Sekunden. Stand da, glaube ich, war, ne, steht 55 Sekunden. Was habe ich mir da aufgeschrieben? Ach, ich bin beim Falschen. Alles klar. 55 Sekunden ist richtig, natürlich. Und, äh, ja, 49 Schuss. Kaliber von 22 Millimeter. Und eine Effekthöhe von 35 Meter, was schon ziemlich beachtlich ist. Und, ja, der war in Ordnung. Also, da kann man echt nicht meckern. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig, was der gekostet hat. Aber ich glaube nicht allzu viel. Ich denke mal um die 20 bis 25. Ähm, war okay. Doch, also, den kann ich durchaus weiterempfehlen. Gigashot lohnt sich. Die Bilder, die da abgebildet sind, sind nicht gelogen. So ungefähr sah es auch aus. Werdet ihr dann gleich sehen. Und, ähm, ja, das ist praktisch dann das dritte Objekt, was wir dann gleich anzünden. Und, äh, ja, der ist durchaus empfehlenswert. Ich mache euch nochmal so ein paar Bilder ran, wie es dann ausgepackt aussieht. Dass ihr mal seht, was da eigentlich hinter steckt. Das ist immer so pompös eingepackt. Das sieht voll geil aus. Und wenn du das hinterher auspackst, hast du einfach nur so drei Klötze, die dann irgendwie noch mit einem, äh, ja, so einer Zündschnur verbunden sind. Damit man nur einmal anzünden muss. Aber im Endeffekt ist da halt nicht viel drin. Das sieht einfach voll billig aus. Aber, ja, die Verpackung, die Verpackung macht's halt. Das ist halt immer das, wo man sich dann wieder überreden. Aber, okay. So, dann kommen wir zum, äh, vierten Objekt. Kingdom. Auch wieder von der Marke Komet. Ich glaube, ich hab hauptsächlich wieder, also ich nimm meistens immer Sachen von Komet und von Veko. Weil das in meinen Augen so die besten Sachen sind. Es gibt natürlich auch so billig, äh, Marken oder No-Name-Mark, sag ich mal. Aber Komet und Veko sind normalerweise schon die, wo ein bisschen was hinter steckt. Womit ich jetzt nicht andere schlecht reden will. Das sind halt nur meine Erfahrungen, die ich gemacht hab. Ja, das hat eine, äh, Effektdauer von 30 Sekunden. Ähm, ist okay. Ne, halbe Minute. Äh, 40 Meter Effekthöhe. Also auch schon ziemlich hoch. Äh, muss nicht sagen, äh, heißen, dass das dann unbedingt besser ist, wenn's höher ist. Aber, äh, es wirkt einfach ein bisschen mächtiger, sag ich mal, wenn das halt weit oben im Himmel explodiert. Das ist irgendwie so. Äh, 15 Millimeter Kaliber und 64 Schuss. Ähm, war durchaus in Ordnung. Konnte man sich, äh, auf jeden Fall kaufen. Breue ich nicht. Und, ähm, ja, gibt eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ihr werdet das ja im Video sehen, wie's aussah. Ähm, ich denke, den kann ich durchaus weiterempfehlen. Äh, preislich müsste der auch um die 20 Euro gekostet haben. Glaube ich. Also ich gebe meistens nicht, äh, also mehr als 30 gebe ich normalerweise nie für eine Batterie aus. Es sei denn, es, ich denke, da steckt wirklich was dahinter. Das ist wirklich was riesiges. Aber ich glaube, dass der auch so um die 20 gekostet hat. Ja, dann, äh, das eigentlich gedachte Highlight, äh, von Silvester 2016 war Horus. Das habe ich mir als, äh, Highlight-Feuerwerk genommen. Weil, wie man sieht, es sind eigentlich auch drei Batterien, äh, wieder zusammengekloppt auf einem Brett. Aber, ähm, laut Bildern sah es schon sehr pompös aus. Ich will nicht sagen, dass es eine komplette Enttäuschung war. Aber vom Preis her, das ging jetzt, glaube ich, an die 30 Euro ran. Ich glaube, ich habe 29 noch was bezahlt. Aber ich fand, oh, ja, macht ja ordentlich was her. Da könnte durchaus was drin sein. War jetzt im Endeffekt dann aber nicht so geil. Muss ich leider sagen. Ähm, von den Daten her sage ich einfach mal 216 Schuss. Ich glaube nicht, dass das ungefähr hinkam. Also, zumindest kam es mir nicht so vor. Äh, 130 Sekunden. Ähm, könnte hingekommen sein. Ich glaube eher, es war kürzer. Also, ich glaube nicht, dass es über zwei Minuten ging. Aber okay, will ich mal drüber hinwegsehen. 40 Meter Effekthöhe würde ich sagen ist okay. Und 305 Gramm Masse. Ah, Explosiv Masse. Da steht es ja auch drauf. Genau, Explosiv Masse. Ja. Ähm, ist okay. Würde ich jetzt nicht zwingend weiterempfehlen. Also, wenn ihr was Schönes ausseit, wo ihr auch ein bisschen was von seht. Äh, wo ihr sehen wollt. Und, ja, was ein bisschen farbenfroher ist. Dann würde ich eher echt den Vulkan in diesem Jahr empfehlen. Nicht unbedingt Horus. Also, ist okay. Aber ich würde es nicht unbedingt raten, den zwingend zu kaufen. Für das Geld kriegt ihr auf jeden Fall was Besseres. Das muss ich so sagen. Ja, ähm, das war es mit der Vorstellung. Dann würde ich sagen, ähm, kommt jetzt gleich, äh, einmal die Präsentation. In der Reihenfolge, wie ich es jetzt auch vorgelesen habe. Aber wie gesagt, ich werde es dann halt zwischendurch nochmal entweder einblenden oder einschreiben. Was denn da jetzt gleich kommt und was ihr da seht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß am Videomaterial. Und ich wünsche euch schon mal ein frohes neues Jahr. Und gut Schuss. Und ich wünsche euch alles zusammen. Anmachen. Die böse Chef war wahnsinnig gut. Ja. Und hier verwischt nichts. Ich muss dich stillhalten. Nee, das macht mich wohl, dass du es nicht einschreiben kannst. Ich muss dich in die Öffentlichkeit zu machen. Und hier verwischt. Ich muss dich nur auf jeden Falle sein. Du schnitzt. Und ich muss mich noch auf jeden Falle sein. Ich muss mich wohl auf jeden Falle sein. Und ich muss mich wohl auf jeden Falle sein. Danke, Henry. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 das ist meine da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's. Hat er noch was?